Er kann Menschen fernsteuern. Hypnotiseur Carsten Fenner aus Köln. Hypnotiseur Carsten Fenner als Show. Hypnotiseur Carsten Fenner. Für den Rest der Show, wann immer du diese Musik hörst, bist du der Ansicht, du bist Beyoncé. Hast du irgendeine Erinnerung, was du gerade für uns hast? Jetzt habe ich nichts erklärt. Ich bin ein bisschen außer Acht. Nur die Hände fest zusammen. Okay, konzentrier dich auf das Daumenkreuz. Genau jetzt werden die Hände wieder fest. Absolut fest. Du kriegst sie nicht auseinander. Je mehr du es versuchst, desto weniger erinnert. Probieren. Spüren Sie jetzt, wie eine Kraft sie nach vorne zieht. Spüren Sie, wie eine Kraft sie nach vorne zieht. Du bist jetzt Mitglied eines Orchesters. Gleich bei der Zahl 3 greifst du nach deinem Instrument, denn du bist Mitglied eines Orchesters und du hast gleich ein großes Konzert. Eins, zwei, drei. Du bist mein Schöp ist Dextrop-Vold und du warst hier. Ich schaue da an das Leben. über 24 heart! varied werden von entraineren preachers und du hast etwas Konzert. Sie hat beide Sagen Sie mir, was das sein könnte, was Sie erfüllen. Eine Armbanduhr. Eine Armbanduhr. Öffnen Sie die Augen und jetzt öffnen Sie selbstständig wieder die Box und sagen Sie uns, was in der Box drin ist. Seien Sie so lieben, nennen Sie mir bitte einmal einen Tag, einen Monat oder ein Jahr, den Moment, wenn wir beide nach Kuba fliegen, äh, fahren und schifft. Und Uhrzeit vielleicht noch? Wann geht's los? Äh, 15. In dieser Kiste, meine Damen und Herren, befindet sich waagerecht eine Plexiglassung. In dieser Kiste, meine Damen und Herren, befindet sich waagerecht eine Plexiglassung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020